Und ein anderer Kracher noch für euch, Monster Hunter 4 Ultimate. Ja, das ultimativer Game für alle Monster Hunter Fans. Ich denke aber auch wenn man einsteigen möchte, ist es jetzt nicht schlecht, weil das Tutorial ist ja mal ein bisschen einfacher. Aber schlussendlich grinden, grinden, grinden und das am besten online, dann habt ihr Spass, sonst... naja. Ja, das ist ein ganz klarer Spielchen, welches ihr sicher mit Freunden oder mit Freunden sollte spielen und dann ist halt die Monster Hunter richtig cool gemacht. Bis zum nächsten Mal.